Captain D, wir stehen unter Beschuss! Scotty, Ausweichmanöver einleiten! Wir verlieren zunehmend an Leistung! Spock, volle Energie auf die Deflektorschilde! Wir können das Schiff nicht mehr halten! Data, Nebeltarnvorhang und raus! Smoke Factory, simply the best! Event Rookie, der Podcast aus der Veranstaltung Spawn. Herzlich Willkommen zu Episode 4 von Staffel 2 des Event Rookie Podcasts. Heute mal wieder mit meiner Wenigkeit und dem Simon. Hi Simon! Wunderschönen guten Tag Joel! Weißt du, das ist eigentlich immer alles auswendig, welche Staffel wir gerade? Also Staffel ist klar, aber welche Folge? Oder guckst du vorher nach? Cheatest du? Ich gucke vorher nach, aber das ist jetzt bei uns nicht so schwer, weil die Folge vom Podcast immer dieselbe ist wie beim Heft, was wir gerade abgeben. Ah, bist halt doch, bist halt so klug für diese Welt. Manchmal, manchmal. Ja, für die Hörer ist ja alles wie gewohnt. Wir sind tatsächlich ein paar Tage später dran als normal, weil wir uns beide nicht stimmlich in der Lage gesehen haben, abzuliefern. Leicht erkältet gewesen. Leicht geht es dir wieder gut, Joel, ja? Leicht bis mittelschwer. Nee, mir geht es nicht wirklich gut, aber hilft ja nichts. Ja, okay, aber das ist ein Grundzustand. Das hat nichts mit der Krankheit zu tun. Mir geht es wieder total gut. Ja? Ich habe es diesmal auch komplett ohne irgendwelche Medikamente hingekriegt. Ich bin total stolz auf mich. Okay. Aber es war auch echt blöd irgendwie dieses Mal wieder. Aber jetzt ist alles gut. Nee, ich habe die Nasentropfen und das Citrizin abgesetzt und habe gleich gemerkt, wie es wieder bergab geht nach zwei Tagen. Ach, du Arme. Und das Miese ist, wenn du dann Podcasts aufnimmst, ich habe letztens einen anderen Podcast aufgenommen und da habe ich so alle zehn Sekunden den hier gehört. Alter, und das musst du rausschneiden, das nervt so. Ja, das glaube ich. Ja, das ist, glaube ich, wirklich nervig. Naja, aber ja, jetzt sitzen wir hier wieder zusammen, nehmen wieder eine schöne neue Folge auf und wir saßen ja vor kurzem eigentlich erst zusammen. Das stimmt. Wegen unserer Spezialausgabe zur vergangenen ProLight & Sound. Also, ja, wir bombardieren unsere Hörer jetzt gerade mit Podcasts zu. Ja, ungeahnte Frequenzen. Aber auch da, das ist, wie gesagt, ich finde das immer sehr schade. Das ist ja bei unserem Heft im Endeffekt genau das Gleiche. Ja, dass man nie so erfährt, kam das jetzt gut an? Kam es nicht gut an? Fanden die Leute das informativ? Fanden sie es nicht informativ? Mich würde es immer total interessieren, ob die Leute das, ja, gern gehört haben, ob sie es gut fanden, ob sie es nicht gut fanden, aber... Vielleicht können wir ja generell nochmal einen Aufruf starten. Wenn du gerne diesen Podcast hörst, dann gib uns doch mal Feedback und gib uns vor allen Dingen mal eine Rezension auf iTunes, weil da hat sich schon eine Weile nichts mehr gerührt und die Hörerzahlen sagen, eigentlich, dass doch der eine oder andere da draußen sein müsste, der das hört. Ich fand es auch wirklich super toll, dass wir auf der ProLight & Sound, dass da wirklich viele an unseren Stand kamen und gesagt haben, dass sie halt den Podcast hören und das auch echt gut finden und so weiter. Was mich persönlich total freut, weil ich, und ich gebe es ja zu, ich bin ja eher so der Podcast, ja... Mehr der Macher, nicht der Konsument. Nee, ja, vor allem halt auch der, der das Ganze ein bisschen skeptisch gesehen hat von Anfang an, weil ich halt wirklich nicht so groß im Podcast-Thema drin war oder bin und deswegen fand ich das total faszinierend, dass da so viele Leute kamen, die gesagt haben, ja, hören wir und total cool und, ja, wie du schon sagtest, das wäre natürlich total toll, wenn man das in der heutigen digitalen Welt auch so weit nach vorne tragen können, dass da im Endeffekt, ja, eine Bewertung abgegeben wird oder eine Rezension oder ähnliches, genau das Gleiche auf Facebook. Also mir ist jetzt aufgefallen, dass man, glaube ich, sogar mit einer Bewertung auf Facebook irgendwie das Ranking, sein eigenes Ranking nach oben pusht oder irgendwas. Und ich sage jetzt mal, da wir aber nicht diejenigen sind, die das Ganze irgendwie faken wollen und 80 Millionen Freunden von uns Bescheid sagen, hier, bewerten wir, wir sind beliebt, wäre es halt total cool. Wie gesagt, natürlich nur, wenn ihr dahinter steht, wenn ihr irgendwas davon gut findet, Event-Rookie, Facebook-Seite oder, wie gesagt, den Podcast, ja, einfach mal irgendwie einen Klick machen auf ein paar Sterne und da würden wir uns natürlich sehr freuen. Wenn ihr das nicht machen wollt, linkt gerne auch einfach eine kurze Mail an uns, gerne direkt an mich, an sk.event-rookie.de oder an den Joel, also an js.event-rookie.de. Ja, und dann einfach mal erzählen, ob ihr, wie gesagt, was ihr gut findet, was ihr nicht so gut findet, weil nur so, ja, können wir entweder so weitermachen oder uns einfach verbessern. Ja, ich will jetzt auch noch erzählen, dass wir gerade so, wir können Augenkontakt halten, aber uns steht ein Rechner dazwischen, weil der Raum, wo wir eigentlich aufnehmen wollten, der war schon verplant und jetzt haben wir, haben wir uns hierhin gebaut und jetzt, jetzt kann ich mich immer so ducken, dann sieht er mich nicht mehr und dann. Ja, aber dann rutsche ich in meinem Stuhl ein bisschen höher und dann kann ich dich doch wieder sehen. Ja, das hat schon was Intimes. Ach ja, schön. Schön. Apropos Intim. Oh weia. Ja, okay, die Überleitung, nee, die wird nix. Nein, wie war es die letzte Zeit? Warst du irgendwie groß unterwegs, schöne Reportage, Reisen gemacht oder ähnliches oder was war in letzter Zeit bei dir so angesagt? Ja, direkt nach der Messe bin ich für zwei Tage nach Mailand geflogen. Oh, der feine Herr. Ja. Und habe da eine Kunstinstallation besuchen dürfen. Codename riesiger Mozzarella. Ja, ihr werdet darüber lesen. Genau, dazu ein andermal mehr. Dann war ich jetzt vor kurzem in Stuttgart beim Trickfilm Festival. Okay. Ja, Riesenfestival ist die 25. Ausgabe, also seit 25 Jahren machen die das. Wow. Ja, ich erzähle jetzt. Ja, doch, genau, 25. Dafür ist es relativ neu, dass es halt auch öffentliche Plätze gibt, weil, also es ist ein Festival, für das man zahlen muss und da trifft man dann unter anderem Zeichentrickkünstler, es gibt Workshops und so weiter. Und es werden natürlich auch Filme gezeigt, für die man bezahlen muss. Es gibt aber jetzt auch einen öffentlichen Platz quasi, wo man sich kostenlos mitten in Stuttgart dann Filme zeigen kann. Einfach auch, um dieses Festival noch ein bisschen bekannter zu machen in der Region. Ja. Genau, und das haben wir uns angeschaut, das war ganz cool. Dann im aktuellen Heft ist ja eine Reportage über Planet Erde 2. Aha. Du hast es irgendwie mit Kino und Filmen, oder? Ja, es ergibt sich immer so. Das stimmt, aber da haben wir ja später auch nochmal ein Thema, wo man da ein bisschen genauer ins Detail gehen kann. Ja. Ich glaube, das war es bei mir im Groben. Wo hast du dich denn rumgetrieben? Lass mich überlegen. Nach dem Pro Light & Sound war ich bei den Beatstakes in Hamburg, in der Sporthalle in Hamburg. Das war auch, also ich war da vorher noch nie für eine Reportage, deswegen bin ich da ja immer total heiß drauf, irgendwelche neuen Locations quasi mitzunehmen. Das war auch wirklich sehr, sehr witzig. Auch die Interviewsituationen alleine schon waren schon sehr witzig, weil ich mit dem Lichtdesigner Gunnar Lohse quasi vor der Halle, die das Interview geführt habe und das ist halt direkt neben, weiß ich nicht, der Polizeiakademie von Hamburg oder von ganz Deutschland so riesig, wie das Ding war. Und da sind es halt gerade irgendwie mit ihren Wasserwerfern und in voller Montur bei gefühlten 30 Grad im Schatten irgendwie lang und ja, mussten da trainieren und sonst was. Das war halt eine schöne Situation. Ansonsten wird es bei mir ehrlich gesagt jetzt im Mai erst knackig. Also ich bin jetzt doch echt viel unterwegs, schon auf den ersten Festivals für unsere Festival-Spezialausgabe im Herbst und ansonsten doch bei einigen Veranstaltungen und Installationen und so weiter, die dann für die nächsten Hefte so sind. Okay. Und genau, im aktuellen Heft sind unter anderem Reportagen, wo ich zumindest war, von Milky Chance und vom Gut Leben am Moorstein klingt's. Bitte was? Ja, das Gut Leben am Moorstein. Ist eine Event-Location in der Nähe von Mainz, in Westhofen, glaube ich, hieß es. Und genau, so von der Installation her war das schon echt interessant. Ja, wenn man auch da einfach wieder vieles Neues erfahren und erlernen konnte, weil das Ganze in einem Kellergewölbe ist. Und genau, da, wie gesagt, die Reportage findet ihr in der aktuellen Ausgabe des Event-Rookie-Magazins. Okay, aber wurde da extra was gebaut oder wurde da quasi ein altes Kellergewölbe-Zweck entfremdet? Zweiteres. Also das ist im Endeffekt, ist das ganze Konstrukt sozusagen, ist ein Hotel, ein, ich sag jetzt mal, hochklassiges Restaurant und der Betreiber hat dazu, wie gesagt, noch entdeckt, dass auf diesem, ja, Gutshof quasi, dass es da Kellergewölbe gibt und die hat er sozusagen komplett saniert, restauriert, wie auch immer, leer gemacht und aus der einen, aus dem einen Gewölbe oder der einen Röhre quasi eine Event-Location gemacht und direkt daneben ist im Endeffekt baugleich nochmal, ja, das gleiche Gewölbe sozusagen. Und da ist der Gastronomie-Bereich und, ja, das wurde halt im Endeffekt alles komplett umgebaut, aber nicht neu gebaut und ich glaube, vorher war es ein, ich weiß gar nicht genau, ein Weinkeller wahrscheinlich. Okay, das scheint ja irgendwie eine Entwicklung zu sein, dass Restaurants, die gut gehen, dann ausbauen und irgendwie noch eine Club-Event-Location dazu packen. Ja, das stimmt, das hatten wir ja auch mit dem Hugos in einer der letzten Podcast-Folgen. Richtig. Ähm, wie gesagt, ich finde es sowieso faszinierend, wie so, ja, wie sich so Trends herausbilden, wie du schon sagtest, so Restaurant mit, mit Club-Betrieb oder ein bisschen, ja, halt was Besonderes seinen Gästen bieten, dann finde ich auch, wie gesagt, das Planet Erde, wo du warst, das ist ja im Endeffekt auch nichts anderes als, ja, Filmausschnitte, die musikalisch untermalt werden. Stimmt, das ist auch so ein Trend. Ja, es ist auch so ein Trend, da war ich ja letztes Jahr bei, äh, John Williams, gehe jetzt, äh, bin jetzt am nächsten Wochenende, äh, beziehungsweise, wenn ihr das hört, schon am vergangenen Wochenende, äh, bei Hans Zimmer live. Mhm. Ähm, ja, und das ist ja auch so ein Trend, wie gesagt, den ich, den ich ausmachen konnte, dass das irgendwie in den letzten Jahren, äh, total beliebt wurde. Es war mal eine Zeit lang, fand ich, war so ein, so ein, so ein Trend, dass Konzerte in Kinos übertragen werden. Stimmt, ja. Das, finde ich, ist komplett untergegangen, also ich hab davon jetzt wirklich gar nichts mehr groß mitgekriegt, ich weiß, dass damals, was weiß ich, von, von Spahnsee aus der, äh, was weiß ich, Oper in Schlag mich tot. In New York teilweise. Genau, oder halt, äh, Rammstein in Paris oder sonst was, dass da echt viel übertragen wurde. Mhm. Und das ist jetzt irgendwie nicht mehr so. Mhm, stimmt. Ich glaube, die Fantastischen Vier hatten da auch was gemacht. Ja. Ähm, wir haben hier so ein, so ein kleines Arzi-Fazi-Kino bei uns im Ort und da ist es auch noch so, dass, also, ich glaube, Ballett und Oper, da gibt's da schon noch einen Markt, aber die machen da auch uferlos Werbung für ein Event im Jahr oder so. Also, es ist schon deutlich weniger geworden. Wobei mich da ja immer die technische Komponente noch interessiert hätte, also nehmen die das auf, aber es heißt ja immer live und, äh, das ist ja dann schon anspruchsvoll. Ja, da wollte ich auch immer mal eine Reportage drüber machen. Ich muss ja mal gucken, ob ich da irgendwie bei einem Kino bei mir am Ort, äh, einfach mal nachfrage, ähm, entweder ob sie selber einen Kontakt haben oder sich da auskennen, weil das würde mich auch mal interessieren, wie die das technisch machen, ob das, wie gesagt, dann irgendwie, ob die sich einen Satelliten mieten und dann darüber streamen oder wie das, wie gesagt, wirklich live vonstatten geht. Aber du hast schon recht, gerade ist der Trend eher umgekehrt. Kinofilme, die, die beliebt sind, halt mit Live-Orchester zu begleiten. Ich war ja da vor kurzem auch, äh, im Gasteig in München bei, bei Star Wars, ähm, es hat schon so seine Gänsehaut-Momente gehabt, aber war technisch halt nicht so einwandfrei umgesetzt, dass ich sagen würde, boah, mach ich gleich nächstes Jahr wieder, was ja gehen würde, weil es gibt genug Teile und sie haben schon angekündigt. Ja, ich glaube, das kann auch echt nach hinten losgehen. Ich glaube, wenn das richtig gut gemacht ist, dann ist das einfach ein total cooles Feeling. Also wie gesagt, gerade letztes Jahr, wo ich hier bei John Williams war, du merkst dann einfach mal, was von einem Komponisten, ähm, was da alles aus seiner Feder sozusagen stammt. Ähm, das fand ich total cool, weil da auch wirklich einige Lieder dabei waren, die wirklich bei mir auch so Gänsehaut-Momente ausgelöst haben, aber wie gesagt, wenn es schlecht gemacht ist, ah, dann ist es nervig. Ja, John Williams hat halt auch so ein abartiges Line-Up. Ja, ja. Naja, so ist das. Aber ich glaube, Hans Zimmer wird auch super. Ich denke auch, also wie gesagt, das ist, glaube ich, showtechnisch muss das echt gut sein, ähm, und ich glaube, soundtechnisch, ja, lassen die sich auch nicht lumpen. Das ist in einer Lanxess-Arena in Köln, die ja erstens jetzt auch nicht unbedingt die kleinste ist und, ähm, ja, okay, vom Sound her, da kann man drüber diskutieren. Das ist in einer Arena, ähm, immer oder oft schwierig, äh, genauso wie aber, ja, in einem Kellergewölbe wie dem Gut Leben am Moorstein. Ja. Also, da kannst du überall gute und schlechte Erfahrungen mitmachen. Was waren denn da so die Herausforderungen? Also, erst mal, wie kann ich mir denn das Gewölbe vorstellen? Ist das wirklich ein niedriger Raum? Ja, also, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es, ja, die klassische Architektur für ein Gewölbe gibt, ähm, aber da war es halt wirklich so, es war erstens niedrig, zweitens, es war natürlich, ja, gebogen sozusagen, also, ähm, ja, es war, wie gesagt, wie so, wie so eine Röhre, wie so ein, wie so ein Halbkreis im Endeffekt und sehr, sehr lang gezogen. Also, es war nicht breit, es war sehr schmal und sehr lang dafür. Das ist ja eigentlich für, für die klassische, äh, ja, für klassische Lautsprecher schon eine Herausforderung. Ähm, wie sind die das dann angegangen? Ähm, also, was heißt für klassische Lautsprecher? Das Ding ist halt, man muss natürlich im Vorfeld sehr viel planen und sehr viel beachten, weil erstens sowieso in einem kleinen Raum hat man sehr, sehr schnell viele Reflektionen, also Soundreflektionen, ähm, um hier mal wieder so ein bisschen den Erklärberg zu machen, ähm, damit ist im Endeffekt ja gemeint, dass aus einem Lautsprecher kommt ein Signal, also aus der, ja, kommt ein Schall sozusagen und der wird an einer Wand, an einer Decke, wo auch immer, oder auch an einer Glasfläche, das ist ja immer das Beliebteste, ähm, sozusagen, trifft drauf und kommt eins zu eins wieder zurück. Und wenn man dann noch das Problem hat oder den Fall hat, dass, ähm, diese Wand, wo es drauf trifft, ich sag jetzt mal, leicht angewinkelt ist, ähm, dann sollte man zumindest aus dem Physikunterricht noch wissen, so wie der Schall da draufkommt, so wird er halt abgelenkt, das bedeutet in der gleichen Gradzahl, ähm, und dann schlägt der Schall vielleicht wieder gegen eine andere Wand oder gegen die Decke oder irgendwo gegen und so entsteht dann irgendwann so ein, so ein Schallgewitter, sag ich jetzt mal doof gesagt, ähm, dass aus allen Richtungen irgendwie noch Artefakte von dieser Schallquelle oder von diesem Sound kommen und dann überlagert es sich und dann hört man einfach nur noch Brei. Ja. Und da muss man natürlich, äh, gerade in so einem Gewölbe, wo man durch diese halbrunde Form, ja, schnell mal, sag ich jetzt mal, an der Decke den, den Schall hat oder da, äh, den, den da hinlenkt, muss man natürlich im Vorfeld wirklich stark drauf aufpassen, dass man, ähm, Lautsprecher wählt, die da einfach, ja, gut reinpassen und so viele Reflektionen wie möglich irgendwie vermieden werden. Mhm. Ähm, und das ist jetzt eigentlich relativ egal, welche Qualität, weil ich sag jetzt mal, die guten Lautsprecherhersteller, die sind alle qualitativ meiner Meinung nach gleichwertig. Mhm. Wo man da einfach extrem drauf aufpassen muss, ähm, ist, äh, der, der Abstrahlwinkel oder das Abstrahlverhalten, besser gesagt, von einem Lautsprecher. Ja, äh, du hast gerade schon erklärt, wie das Ganze funktioniert, äh, vielleicht als, als Beispiel, um es ein bisschen zu visualisieren, Hallenfußball. Wenn du gerade gegen die Wand schießt, kommt der Ball einfach zurück, so. Wenn du in einem steilen Winkel bist, dann, äh, verschwindet der Ball quasi genau in demselben Winkel, wie du draufgeschossen hast, auf der anderen Seite geht er auch wieder weg, so. Ja, genau so ist es. Und, genau, wie gesagt, deswegen muss man da bei der Planung, äh, unbedingt darauf achten, ähm, ja, wie gesagt, wie das Abstrahlverhalten ist und da gibt's, ich sag jetzt mal doof gesagt, ganz unterschiedliche Abstrahlverhalten, ähm, beim Gut Leben am Moorstein war es dann so, dass der, ähm, dass der Installateur oder der, der verantwortliche Tontechniker, der Benjamin, ähm, sich dann für, für Lautsprecher entschieden hat, die eine ganz spezielle Hornform haben, wo, ja, wo es, also, hundertprozentig wiedergeben wird jetzt auch schwer, aber, ähm, dieses Horn gibt den Schall so wieder, dass er, ähm, nicht gerade rausgeht sozusagen, sondern dass der sich nach hinten, ich sag jetzt mal doof gesagt, ein bisschen, äh, verschmälert. Mhm. Und dadurch hat man halt natürlich links und rechts weniger Reflektionen und das war für ihn halt auch ausschlaggebender Punkt, warum er sich halt für diese Lautsprecher entschieden hat, weil er damit wirklich, äh, nicht direkt gegen die Wand gesteuert hat oder gegen die Decke, sondern den Schall so bestmöglich richten konnte, dass wirklich, äh, ja, der Sound einfach gut war. Mhm. Für mich zum Verständnis, wir hatten ja jetzt hier in unserem Messespezial, äh, das neue Produkt von Kling und Freitag und da war ja die Besonderheit, dass man quasi die Lautsprecher intern drehen konnte und so den Abstrahlwinkel beeinflussen konnte, das ist genau das Thema, oder? Das fällt zumindest mit in dieses Thema Abstrahlcharakteristik und Abstrahlwinkel und so weiter, wie gesagt, das ist jetzt vom, 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 von der Umsetzung her natürlich nochmal was anderes als, äh, wie gesagt, geht es genau darum, dass man halt guckt, ähm, was habe ich für einen Raum und mit welchem, mit welchem Winkel oder mit welcher Abstrahlung muss ich da am besten reingehen? Also es gibt ja unterschiedlichste Lautsprechertypen, es gibt, ähm, Point-Source-Lautsprecher, was halt, ja, Punktschallquellen sind sozusagen, es gibt, äh, Line-Array-Lautsprecher, ähm, und alle haben eigentlich unterschiedliche oder andere Abstrahlcharakteristika bei einem, bei einer Point-Source, wie gesagt, was im Endeffekt einfach nur bedeutet, okay, du hast einen Lautsprecher und damit versuchst du eine bestmögliche oder größtmögliche Fläche zu beschallen, ähm, bedeutet, dass du da auf dem, sagen wir jetzt mal auf der horizontalen und der vertikalen Achse, äh, 60 Grad Abstrahlung hast. Also ein relativ großer Winkel dann? Relativ groß, genau, oder auch du hast, ähm, 90 Grad auf dem, auf der, äh, jetzt lass mich überlegen, auf der horizontalen und nur 20 Grad auf der, auf der vertikalen Achse, um damit, sage ich jetzt mal, eine sehr breite Fläche zu beschallen. Aber es knallt zum Beispiel nicht so viel an die Decke. Genau, wollte ich gerade sagen, äh, dafür, wie gesagt, hast du im, im vertikalen Bereich nicht so eine hohe Abstrahlung, was bedeutet, ähm, dass du halt nicht direkt oben an die Decke kommst, sondern, ähm, ja, das Publikum besser beschallen kannst, ohne dass du Reflektionen von der, von der, von der Decke hast. Ähm, und das sind halt, wie gesagt, Sachen, da muss man einfach wirklich gucken, okay, wie ist der Raum, was kommt da für mich am besten drin vor? Bei einem Line Array, wo es in erster Linie ja wirklich darauf ankommt, dass ich sehr, sehr weit nach hinten komme, um eine sehr lange Fläche sozusagen zu beschallen, ähm, hat man oft zwei unterschiedliche Abstrahl, äh, Charakteristika, was den horizontalen Bereich angeht. Dann haben wir auch die, die, die 90 Grad. Und dann haben wir 110 bis 120 Grad, ähm, die 90 Grad nimmt man dann sehr gerne in den oberen Lautsprecherteilen eines Line Arrays, ähm, um, ja, ich sag jetzt mal, die oberen Lautsprecher beschallen ja, sag ich jetzt mal, den hinteren Bereich einer Halle zum Beispiel, ähm, und da reichen 90 Grad vollkommen aus, um da hinten eine große Fläche zu, zu beschallen. Und die unteren Lautsprecher, die sozusagen in dieser, in diesem Gecurvten sind, deswegen ist es ja ein Line Array meistens in diese, so eine Banane sozusagen, ähm, da nimmt man dann gerne so die größeren Abstrahlwinkel, weil man da natürlich so die ersten, was weiß ich, sagen wir mal 10, 15 Reihen beschallen möchte. Und da muss ich halt auf kürzester Entfernung eine breite Fläche erreichen. Und deswegen setzt sich ein Line Array sehr, sehr gerne daraus zusammen. Ähm, und bei der vertikalen Abstrahlung ist es bei Line Arrays. Normalerweise so, dass die sehr, sehr eng sind, also so zwischen, sagen wir mal, 5 und 10 Grad vielleicht, ähm, weil du einfach ganz viele Lautsprecher übereinander hast. Wenn du da jetzt, wie bei einer Point Source oder wie bei anderen Lautsprechern, was weiß ich, 20, 30 Grad hast, dann würden die einzelnen Lautsprecher sich ja ganz schnell schon nach ein paar Metern überlagern. Und dann hast du auch wieder das Problem, dass, äh, du eine Schallüberlagerung hast, was eigentlich ja vermieden werden soll. Äh, und das sind, wie gesagt, so die, die, die Unterschiede, die feinen Unterschiede, wo man einfach drauf achten muss, wenn ich jetzt eine, eine, eine Fläche zu beschallen habe. Okay. Ja, habe ich tatsächlich auch, äh, gerade viel, viel drüber gelernt, weil ich eben bei Planet Erde war. Und, äh, da war die Anforderung, dass, äh, nach Möglichkeit die PA, ähm, möglichst weit hinten positioniert wird. Also, ähm, über, also, dass sie noch hinter der Bühnenaußenkante hängt. Okay. Und ursprünglich war die Anfrage, dass man doch drei… Hinter der Bühnenaußenkante oder Bühnenvorderkante? Also, vorne von der Bühne, dann rein in die Bühne quasi, war ursprünglich die Anforderung, dass es drei Meter nach hinten geht. Ja. Und sie haben es dann, ich, acht oder neun Meter, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich glaube neun Meter. Haben sie es letztlich, äh, umgesetzt. Okay. Und, ähm, da war es dann so, dass quasi die, die PA möglichst wenig gecurved, äh, war, sondern wirklich gerade runter. Und, äh, die haben mir das halt auch ganz genau erklärt. Also, es war natürlich gerade runter, weil sonst, wenn sie gecurved gewesen wäre, sie quasi direkt aufs Orchester, ähm, gestrahlt hätte und man Feedback gehabt hätte ohne Ende. Und so konnte sie halt einfach über, über das, die Köpfe des Orchesters drüber. Und, äh, ja, da wurde halt auch, ähm, quasi immer passend. Das heißt, es wurde sich in der Halle bewegt und, äh, man wusste genau, okay, welches Paar strahlt wohin und hat die dann, äh, separat füreinander eingemessen. Mhm. Was auch interessant war, ähm, also der FOA war ganz hinten in der Hallenmitte. Okay. Aber dahinter war quasi kein Publikum mehr und die waren, ähm, im, im sechsten Paar von unten gesehen. Also, das heißt, man hatte noch Luft nach unten und, äh, hat das aber wohl dazu eingesetzt, um, ähm, dem Publikum zu vermitteln, dass der Sound von unten kommt, also vom Orchester. Okay. Also damit man quasi, weil normalerweise würde man ja lokalisieren, okay, da oben hängt die PA, von da kommt der Ton. Und, äh, ja, da wurde irgendwie nochmal rumgetrickst, damit auch der Eindruck entsteht, dass, äh, der Sound vom Orchester selbst kommt. Okay, cool. Ja, man kann halt mit, 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 mit Beschallungstechnik kann man extrem viel machen und tricksen und so weiter. Das finde ich auch echt faszinierend. Und ich, gerade dieses, äh, Planet Erde 2 mit diesem, mit den, mit den Arrays, die da, ja, nach hinten versetzt wurden, ähm, das ist halt einfach, da hat sich halt einfach mal jemand Gedanken gemacht. Ich weiß nicht, wie oft ich irgendwo bei größeren Shows, äh, für eine Reportage unterwegs bin und du hast halt die, die, die Line Arrays mitten im, im Bühnenbild oder in, vor der, vor der LED-Wand oder irgendwas, was wirklich schade ist, was aber oft halt darauf wirklich, ja, zurückzuführen ist, dass es halt immer ein Streit zwischen, ähm, dem Set-Designer oder Licht-Designer ist und der Audio-Crew. Jeder will natürlich das Beste für, für, für sein Gewerk oder für sich irgendwie herausholen, ähm, und da finde ich es halt dann einfach toll, dass man sagt, ja, es geht halt auch anders. Man kann es halt auch einfach mal nach hinten hängen, dann sieht man perfekt auf der Leinwand und man kriegt einen guten Sound. Ja. Aber, wie gesagt, gerade bei sowas, da ist es ja noch viel, viel wichtiger irgendwie wirklich auf Abstrahl-Charakteristika und so weiter zu achten, weil, ähm, ein, ein Orchester ja normalerweise wirklich mit, äh, mit, ja, kleinen Clip-Mikrofonen wie, wie ein, äh, dpa-Mikrofonen oder, ähm, wirklich sehr, sehr fein abgestimmten, äh, Schöps- oder Neumann-Mikrofonen, ähm, ausgestattet ist und ein Mikrofon, umso feiner das natürlich aufnimmt und umso mehr Nuancen das im Endeffekt aufnehmen kann oder wiedergeben kann, ähm, umso anfälliger ist es natürlich auch für, für Feedbacks und, äh, für Rückkopplungen, äh, deswegen muss man da natürlich extrem drauf aufpassen, dass da, äh, nicht irgendwie irgendwas Schallmäßiges von, von, von der PA da auf die Bühne kommt, weil, wie gesagt, ansonsten fängst an zu fiepen und zu hupen und, ja, das will man sowieso nie, aber gerade wenn es jetzt irgendwie so eine Orchester-Produktion ist, da ist es, glaube ich, komplett fehl am Platze. Aber, wie gesagt, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man vorher weiß, okay, mein Raum oder meine Anforderung ist so und so, dann gibt es meiner Meinung nach für jedes Problem gibt es eigentlich auch eine Lösung. Ich meine, klar, es gibt auch Räume, die kriegst du einfach nicht perfekt beschallt, ähm, da kann man machen, was man möchte, die sind architektonisch vielleicht so gebaut, dass es wirklich einfach nicht geht, außer, was weiß ich, jeder Platz kriegt seine eigene PA-Box oder sonst irgendwas, aber irgendwo muss man auch aufs Budget achten, ähm, ansonsten gibt es wirklich fast für alles, ähm, einen passenden Lautsprecher. Wie gesagt, man muss es einfach nur sich selber berechnen oder aufzeichnen und am Ende des Tages, und das ist halt das Ding bei uns in dieser Veranstaltungstechnik-Branche, ähm, basiert fast alles immer nur auf Physik. So, und ich kann mich hinsetzen und ich kann auf einem Blatt Papier, kann ich mir meine Veranstaltungshalle mit dem richtigen Maßstab einfach aufzeichnen, kann mir meine zwei Lautsprecher da reinzeichnen und kann dann mit einem Geodreieck oder womit auch immer genau ausmalen und ausrechnen, wo sich jetzt der Schall hin verteilt. Ähm, wenn ich jetzt weiß, was weiß ich, ein Lautsprecher hat, wie gesagt, 90 Grad auf der, auf der Horizontalen und 60 Grad auf der Vertikalen, dann kann ich ganz genau gucken, okay, wie ist die Schallverteilung, wie muss ich es drehen und wenden, aufhängen oder hinstellen, damit ich, wie gesagt, nicht zu sehr, äh, gegen eine Wand, gegen eine Decke, gegen den Boden oder sonst wo, ähm, beschalle, damit ich halt so wenig Reflexion wie möglich hin kriege. Ja. Aber es ist alles kein Hexenwerk, also es ist alles irgendwo machbar. Ja, es ist halt auch immer eine Frage der Vorbereitung, aber dafür gibt es ja dann Hallenpläne und, äh, man, virtueller Soundcheck und Pipapo, um, um, halt in den verschiedensten Bereichen dann noch zu optimieren. Ja, vor allem, ganz kurz, also ich meine, das ist ja, das ist ja auch das Schöne, was jetzt mittlerweile wirklich moderne Programme auch bieten, die auch kostenfrei erhältlich sind, also, wie gesagt, im großen Bereich bei, bei Line Arays und so weiter, ähm, da gibt's von eigentlich jedem großen Hersteller gibt's eine Software, wo ich sage, okay, das und das ist mein Raum, ähm, ich hab so und so viele Lautsprecher, ich will die so und so hinhängen und jetzt zeig mir mal, wie die, wie die Schallverteilung ist, ähm, wo ich die, 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 die Ausbildung zur, zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik gemacht hab und da auch wirklich den ein oder anderen, das ein oder andere Projekt übernommen habe oder übernehmen durfte, äh, wo es auch darum ging, okay, ich soll jetzt planen, wie ich hier die Bestallung mache, ähm, da gab's sowas halt einfach noch gar nicht, beziehungsweise das, ja. Jetzt hat er sich geoutet, er ist alt. Ja, es tut mir leid, da haben wir jetzt 1830, da war das noch nicht, ähm, nee, und da, wie gesagt, ich saß wirklich noch da und hab das, äh, minutiös mit, mit, ähm, mit Bleistift und irgendwelchen farbigen Buntstiften und so weiter aufgezeichnet, aber es ging trotzdem und jetzt hat man so viele Tools an der Hand, ähm, ja, um das relativ simpel zu machen und am Ende des Tages zählt das Ergebnis. Natürlich hat man vielleicht manchmal Stress und nicht so viel Lust, äh, immer sich hinzusetzen und alles minutiös fürzubereiten, aber es bringt einem auch nix, wenn man nach der Veranstaltung dann irgendwie auf den Deckel kriegt, äh, weil es halt einfach hieß, okay, hier, das ist halt komplett fehlgelaufen. Ja. Aber es ist ja vielleicht auch gar nicht verkehrt, wenn man das Ganze wirklich erstmal mit, mit Stift und Papier lernt, weil wenn man das drauf hat, dann tut man sich hinterher auch mit der Software leicht. Absolut. Gut, also das ist ja in vielen Bereichen so, ähm, auch, ja, lass es, die, 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 die Lieblingsjobs oder sonst was, äh, Lichtoperating, Soundmischer, was weiß ich sein, ähm, auch da ist es so, klar kann ich versuchen, das sofort zu machen, aber erstmal vielleicht klein anzufangen und erstmal Lichttechniker, sag ich jetzt mal, zu sein, um alles aufzubauen, ähm, den Signalfluss bei, bei, bei Audio oder irgendwas zu verstehen und dann irgendwann mich ans Pult zu setzen, ist auch eine Möglichkeit, sollte man vielleicht sogar machen, damit ich einfach weiß, okay, was, ja, was ist eigentlich notwendig, damit mein System läuft, wenn ich dann am Pult stehe oder sonst irgendwas mache, äh, und nicht gleich sagen, ja, ja, hier muss ich alles nicht können, weil ich, äh, bin hier der, der Große am Pult, das macht halt keinen Sinn, lieber von unten nach oben arbeiten, als von oben gleich runterfallen. Ja. Gibt's eigentlich dann Unterschiede bei der, bei der Qualität der Lautsprecher im Sinne von, wie genau die ihre Abstrahlwinkel einhalten? Oder sind die, die, äh, Daten, die da im, im Datenblatt mit angegeben werden, muss das stimmen? Na, was heißt müssen? Also, müssen bestimmt nicht, weil, wenn man sich Scheinwerfer anguckt und sich da manchmal irgendwie Zoom-Bereiche anschaut und so weiter, ähm, da wird auch ein bisschen nach oben und unten getrickst. Da gibt's halt auch so ein paar unterschiedliche, sag ich jetzt mal, Messmöglichkeiten, Messprotokolle und so weiter, womit man das auch, ich sag jetzt mal doof gesagt, äh, ungestraft machen kann. Also eine Strafe gibt's eigentlich sowieso nicht, außer vom Kunden, der sich aufregt und sagt, hier, das stimmt so nicht. Ähm, aber es gibt viele Möglichkeiten, wie man Dinge messen kann und wie man das dann auch für sich selber die beste Messmethode sozusagen findet, um das, was man da schreiben möchte, ähm, ja, auch beweisen zu können, sag ich jetzt mal doof gesagt. Ähm, bei Lautsprechern, ich sag mal, bei 90 Grad Abstrahlverhalten wird's jetzt nicht auf das eine Grad ganz genau sein, aber man hört es schon ziemlich genau. Wenn man wirklich aus dieser Achse rausgeht, kriegt man schon sehr, sehr genau mit, ähm, dass da der, der Sound einfach abnimmt oder dumpf wird oder wie auch immer. Ähm, aber wie gesagt, ich kann mich jetzt noch nicht dran, also keine Ahnung, gibt bestimmt den einen oder anderen, der das schon mal richtig minutiös durchgemessen hat und geguckt hat, ob das wirklich ganz genau hinhaut. Ähm, aber wie gesagt, erstens, nein, ich glaube nicht, dass das hundertprozentig hinhaut mit 90 Grad zum Beispiel, äh, sondern es werden dann 91, irgendwas oder 92 sein. Ähm, ja, aber wie gesagt, mich würde es auch mal interessieren, ob's da, ähm, ob's da irgendjemand gibt, der das schon mal genauso gemessen hat, obwohl ich das, glaube ich, auch, ja, es ist halt schwierig, weil du müsstest das Ganze ja dann wirklich in einem schalltoten Raum machen, weil sobald du irgendwo in einen anderen Raum gehst, ähm, oder selbst auf dem freien Feld, wie gesagt, Reflektion oder irgendwas hast du immer, selbst auf dem freien Feld hast du Wind. Ja. So, und wie willst du jetzt genau die 90 Grad bestimmen, wenn du trotzdem irgendwo eine Reflektion oder eine Windverwehung oder sonst irgendwas hast, ähm, wirst du halt, ja, wirst du nicht hinkriegen. Ja. Aber ist interessant, jetzt hatten wir schon zwei Fälle und mir fällt noch ein dritter ein, äh, wir hatten quasi einmal, ähm, das, äh, Gewölbe, wo, wo quasi, äh, die, äh, der gegebene Ort, äh, bestimmt hat, wie man das Ganze angeht. Dann hatten wir jetzt, äh, Planet Erde, wo, ähm, quasi die Position der Lautsprecher ein bisschen, äh, vorgegeben hat, wie das Ganze auszusehen hat. Und jetzt war ich ja noch bei dem Trickspiel, äh, Trickfilm-Festival und da war es ja so quasi, dass, ähm, vor der LED-Wand eine Sitzfläche war, wo Zuschauer sein konnten. Das Ganze war aber mitten in der Innenstadt in der Fußgängerzone. Und da war halt quasi auch die Aufgabe, dass quasi das Publikum, was da ziemlich breit vor der Leinwand sitzt, ähm, den, den Ton von den Trickfilmen noch hört, aber quasi sobald du ein bisschen weiter gehst in die Fußgängerzone, sollte halt möglichst wenig ankommen. Und das ist halt dann auch, wird halt auch ausgemessen und, äh, es war schon auch faszinierend, wie gut das funktioniert. Ja. Dass du halt wirklich, also, ja, du hast schon hier und da noch was gehört in der Fußgängerzone, aber es war absolut nicht mehr störend. Ja. Ne, das ist, äh, generell ist das faszinierend, was, wie gesagt, wie man, wie man Schall auch, ich sag jetzt mal doof gesagt, austricksen kann. Man sieht das ja an, an Subhovern immer wieder. Ähm, ein Subhover hat ja eine, ich sag jetzt mal, ja, kugelgerichtete Abstrahlung. Also, einen Subhover kannst du überall in den Raum stellen. Du wirst überall, sag ich jetzt mal, den Bass halt hören, weil du den nicht richten kannst, sondern der strahlt nach hinten ab, nach links, nach rechts, nach vorne, überall hin. Ähm, deswegen ist es ja auch zum Beispiel im Heimkinobereich oder so, ist es egal, wo du deinen, deinen Bass oder deinen Subhover da hinstellst. Du wirst trotzdem immer dieses, dieses Erlebnis haben und immer diesen, diesen Subhover Sound hören. Ja. So, und da gibt es ja, ähm, die kardioide Anordnung oder halt auch, es gibt auch Hersteller, die richtig kardioide Subhover bauen, was bedeutet, ähm, es strahlt etwas nach vorne und gleichzeitig strahlt aber auch etwas nach hinten ab. Also, sagen wir jetzt mal, zwei Subhover strahlen nach vorne, einer strahlt nach hinten. Kann ich mir das vorstellen wie die Superniere beim Mikrofon? Na, wahrscheinlich ein bisschen breiter, oder? Ja, na, wie gesagt, du kannst, also, schwierig. Stell dir einfach vor, du hast, wie gesagt, drei Subhover, zwei, zwei nach vorne gerichtet, einer ist nach hinten gerichtet. Okay. Ähm, und der nach hinten gerichtete, ähm, löscht im Endeffekt durch seine, durch seine Abstrahlung nach hinten. Mhm. Da werden die Schallwellen so überlagert, dass sich der Schall, der von den beiden nach vorne gerichteten Subhovern, der, der nach hinten geht, mhm, löscht sich aus. So, das bedeutet, du hast hinterm Subhover Ruhe. Hinterm Subhover Ruhe. So, das klingt erstmal so, äh, wie gesagt, wenn man es selber noch nicht erlebt hat und irgendwo wirklich mal gucken konnte, klingt das so von wegen, ja, naja, hm, ist vielleicht ein bisschen leiser. Nee, das ist wirklich so, man kann bei einem gut eingestellten System oder bei sehr gut gebauten, äh, Kardioiden, Subhovern, gehst du vorne lang und du spürst den Bass und du merkst es und du hörst ihn und das drückt einfach nur und du gehst einmal drumherum und du hast wirklich Stille. Du kannst dich normal, wie wir jetzt, unterhalten, was du davor nicht machen kannst. Okay. Und das ist, äh, wie gesagt, was, wo ich sage, okay, auch da sind wir wieder im Bereich, ähm, nicht der Abstrahlcharakteristik oder irgendwas, sondern wirklich einfach nur dieses ganze Schall und Sound und Berechnung und sich überlegen, was man halt macht, ähm, was extrem wichtig ist in einem Bereich zum Beispiel von, von einem Stadtfest. Ja. In einem Stadtfest, es gibt so viele, ähm, Vorschriften, was die Emission angeht und so weiter. Ähm, wenn ich da jetzt eine Bühne habe, die mitten in der Stadt aufgebaut ist und wo dahinter vielleicht ein Wohnhaus ist oder lass es in ein paar hundert Metern Entfernung sein, trotzdem kannst du ein System so aufbauen, dass zumindest der Bass nach hinten gerichtet einfach weg ist. Was halt auch, wenn du einen Backstage-Bereich hast, ähm, der sehr bühnennah ist, wo du aber wirklich dich einfach nur normal unterhalten möchtest und nicht ständig zehn Stunden, äh, Gewummer haben willst, macht das halt vollkommen Sinn, weil das andere Positive durch diese Aufbauweise ist halt auch noch, dass der Schall, der nach vorne geht, sogar noch ein bisschen verstärkt wird. Also das ist, wie gesagt, da gehen wir jetzt aber wirklich ganz weit in die Physik rein, ähm, wo ich auch, äh, dann irgendwann die, die, die Hände heben muss, ähm, aber es ist faszinierend, dass du wirklich nach vorne gerichtet ein bisschen mehr Druck hast und nach hinten wird's komplett ausgelöscht. Aber so, so ist es doch ein Traum. Es ist ein Träumchen, definitiv. Nee, und wie gesagt, so ist es ja bei den, bei den Line-Array-Modulen beziehungsweise bei den, bei den Hochtönern, ähm, ist es halt auch so, dass du die genau so ausrichten kannst, Line-Array, dass du halt, ja, du kannst vorher genau sagen, welche, ähm, welche, welche Fläche soll beschallt werden und welche halt nicht. So, und dann hast du, äh, super Vorteile, wenn du wirklich ein Open-Air irgendwo in einem Bereich hast, wo, ähm, Anwohner sind oder ähnliches. Du kannst halt einfach sagen, okay, hier, ich will das hier haben, beschallt haben und das andere nicht, ähm, ja, frag mal die Leute bei, bei Rock im Park, was mitten in Nürnberg ist, frag die Leute irgendwie beim, äh, beim Wacken Open-Air, was auch mitten in der Ortschaft ist, ähm, und du kannst halt einfach genau sagen, nee, Leute, hier ist meine Simulation, das ist der zu beschallende, die zu beschallende Fläche und darüber hinaus geht's halt auch nicht. Und so ist es dann, ja, ich sag jetzt mal in, 99 Prozent der Fälle. Ja, ich finde immer schade, dass sowas ja nicht konkret schon in jungen Jahren vermittelt wird, so, äh, Physikunterricht ist teilweise so, so ätzend trocken, wenn du, ich meine, sowas ist ein leicht zu simulierendes Beispiel, also wenn man halt entsprechend, ähm, ja, Material hat und auch weiß, damit umzugehen, aber das ist sowas fühlbares, bildliches, was wirklich Faszination für ein Thema, ähm, eröffnen könnte, aber sowas passiert halt in, in jungen Jahren echt, echt selten. Also es ist bei mir auch ganz ehrlich, also ich war in der Schule jetzt nicht unbedingt der Musterschüler, vor allem nicht in Physik, also überhaupt nicht. Ich meine, mein Vater als Physiker, ich glaub, der, äh, der hat sich, der hat sich auch gedacht, was hab ich da falsch gemacht? Aber es war, es war überhaupt nicht meins und, ähm, ich bin froh, dass ich ehrlich gesagt mit den Noten überhaupt irgendwo eine Ausbildungsstelle zur, zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik bekommen hab. Ähm, aber danach war ich, ähm, ja, doch einer der Klassenbesten in der Ausbildung, in der Schule, einfach, weil dann plötzlich mich das Ganze interessiert hat. Und wie gesagt, dann plötzlich ist, äh, sind es die gleichen Physikaufgaben wie in der Schule, ähm, also in der normalen Schule, sag ich jetzt mal, aber, ja, plötzlich, äh, steht dann eine Eins oder eine Zwei auf der Arbeit, einfach nur, ja, wie du schon sagtest, weil es einen interessiert und weil es einfach ganz anders, dass die, die physikalischen Grundgesetze rübergebracht werden, ähm, als in der normalen Schule, wo, ja, was weiß ich, womit auch immer hantiert wird. Ja, ich glaube, es ist halt auch immer wichtig, äh, zu verstehen, warum man was macht, den Sinn dahinter zu verstehen, so. Prozentrechnung auch total dämlich, bis dir mal jemand erklärt, so, ja, du musst Steuern damit berechnen, so, okay, jetzt weiß ich, wofür es gut ist, dann gucke ich es mir auch an. Ja. So, und, äh, bei Physik halt ähnlich, so, da gibt's Vorgänge, die sind so furztrocken und dann so, ja, mir ist egal, ob das träge ist oder Beschleunigung, Reibung, so, wofür, so, bis, bis dann halt mal konkrete Beispiele kommen und sagen, ah, dafür, okay, so, ich kann was optimieren, ich kann was besser machen, wenn ich das drauf hab, so, und dann, dann macht's auch eher Klick wahrscheinlich. Ja, definitiv. Ach, das ist schön, wie wir mal wieder vom Thema abschweifen. Ja, und die Moralkeule schwingen. Ja, gut, dann kommen wir langsam zum nächsten Thema. Jetzt haben wir schon mehrere, ähm, äh, äh, ja, Szenarien gezeichnet, warum man, äh, zu gewissem Zubehör greift, ähm, du warst aber auch jetzt bei Milky Chance und da gibt's nochmal einen anderen Grund, warum die bestimmtes Equipment aussuchen. Erzähl erstmal, ähm, wer sind Milky Chance für die Leute, die es nicht wissen, was machen die? Äh, Milky Chance ist eine deutsche, ja, Musikgruppe, ähm, seit 2013, glaube ich, sind die am Markt und auch relativ schnell sehr erfolgreich und beliebt geworden, ähm, komischerweise, selbst wenn man den Namen nicht kennt, wenn man irgendwie dann nach Googelt oder irgendwas oder bei YouTube guckt oder bei Spotify oder was es nicht alles gibt, ähm, und sich einfach mal ein paar Songs von denen anhört, sage ich mal, werden 80 bis 90 Prozent, äh, sagen, oh, ah, ja, das Lied kenne ich, ja. Der, der Sänger hat eine krass eigenständige Stimme, so, das dauert keine drei Sekunden und sagt, ah, die, so, ja. Genau, also, liegt bestimmt auch daran, dass die, glaube ich, bei dem einen oder anderen Werbespot schon irgendwie, äh, im Hintergrund, ähm, ja, abgespielt worden. Äh, genau, zumindest, äh, Milky Chance ist, äh, eine Band, die für mich gefühlt seit ungefähr, ja, seitdem es die gibt, auf Tour sind. Wie gesagt, da, immer, wenn ich irgendwo was bei, bei Facebook oder wo auch immer sehe, ähm, ist irgendwie Milky Chance hier in Australien, Milky Chance da irgendwo in Nordamerika, ähm, die sind wirklich gut unterwegs, machen viel im, im Tournee-Bereich. Und ich glaube, die aktuelle Tournee läuft jetzt auch schon wieder seit knapp zwei Jahren. Okay. Und, äh, genau, Jojo Tillmann, der Lichtdesigner, wurde ja jetzt auch auf der vergangenen Pole halt mit einem, äh, Opus Award ausgezeichnet für die, für diese, für diese Lichtshow. Und, genau, wie gesagt, sind halt nicht nur in Deutschland, sondern wirklich weltweit unterwegs. Mhm. So, und somit, äh, wenn man so viel auf Tour ist und vor allen Dingen in so vielen verschiedenen, äh, Ländern auf Tour ist, dann gibt es halt auch die eine oder andere Herausforderung, die man meistern muss. Richtig. Allein schon logistisch. Genau. Also, ähm, es gibt natürlich unterschiedliche Szenarien, wie man an so eine Tournee rangeht. Man kann eine Tournee machen und sagt, okay, ich möchte das, das, ja, benötigte Licht, Audio, Video, Bühnenmaterial gerne einfach von einem örtlichen Dienstleister mir geben lassen. Mhm. Ähm, auf Deutsch gesagt, du fliegst nach Amerika, schickst vorher, ähm, zu irgendeine, äh, schickst vorher zu irgendeinem örtlichen Dienstleister deinen technischen Reiter, sagst halt, was du brauchst und dann wird dir das da dann auch meistens zur Verfügung gestellt oder zumindest ähnliches Equipment. Ja. Ähm, ja, kann man machen, machen vor allem halt auch die ganz großen Acts, ähm, bei etwas kleineren Acts, die versuchen natürlich irgendwo hier, ähm, sagen wir mal, wenn es wirklich ein deutscher Act wie Milky Chance ist, versuchen hier einfach einen Partner zu finden, ähm, wo sie dann das Material mitnehmen können oder Teile des Materials und gerade auch, ähm, ja, was, was Audio, Licht und so weiter, gerade die, die, die Steuerungsmöglichkeiten angeht, sind ja oft die, die Techniker gerne mit ihrem eigenen Equipment unterwegs oder aber zumindest mit dem Equipment, wo sie sich auskennen. Ähm, und da macht es natürlich Sinn, sich irgendwas auszusuchen, ja, erstens, wo man sich selber gut auskennt und zweitens, ähm, was es entweder komplett auf der Welt immer gibt oder was ich wirklich mit mir mitschleppen kann. So, und da kommen wir jetzt, ähm, zu dem Thema Equipment-Wahl und so weiter, ähm, bei Milky Chance. Da ist es wirklich so, wie gesagt, sie sind weltweit unterwegs und der Jojo oder auch der, der Timo, das ist der, der, äh, Front-of-House-Mischer oder auch der, der Markus, das ist der Monitor-Techniker und Monitor-Mischer, ähm, die gucken natürlich oder haben vorher geguckt, okay, wir würden halt gerne oder möchten unser Material, ähm, Pult-Material mitnehmen, weil da ist alles drauf gespeichert und da wissen wir halt einfach, dass wir die Show gut über die Bühne bringen, sozusagen. Mhm. Geht, wenn man immer mit einem Cargo-Transporter unterwegs ist, zum Beispiel, was halt einfach heißt, okay, eine Cargo-Maschine, ähm, also ein Cargo-Flugzeug, das ist ja ein Flugzeug, was im Endeffekt nur dafür da ist, um Material zu transportieren, also es ist keine, kein, kein Personenflieger. Okay, sondern einfach ein großer Laderaum. Genau, genau, so und da, ähm, kann man dann natürlich sein Equipment mit, äh, bucht man sich im Endeffekt einen Platz und kann das dann da von, von A nach B fliegen lassen. Okay. Und so weiter. So ist aber relativ unzuverlässig, ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein Auftraggeber kommt und sagt, okay, ich brauche den kompletten Platz in dieser Maschine, ja, dann wird dieser Kunde eher, sag ich jetzt mal, behandelt und dann wird ihm die komplette Maschine zur Verfügung gestellt, egal, ob man vorher schon gesagt hat, hier, ich hätte gerne da irgendwie drei Scheinwerfer reingehangen, ähm, dann war es das einfach. Und das Problem ist halt, wenn du jetzt, sag ich jetzt mal, heute bist du in Chicago und morgen bist du in L.A., dann wird das schon nix, weil meistens brauchen die halt irgendwie ein bis zwei Tage, um das Material in dieses Cargo-Flugzeug im Endeffekt rein, rüberfliegen, ausladen und so weiter, diese ganze Abwicklung. Bestand checken. Richtig. So. Und, ähm, deswegen, wie gesagt, hat sich die Crew von Milky Chance überlegt, okay, dann gucken wir, dass wir das Material, was wir unbedingt brauchen und unbedingt dabei haben wollen, so auswählen, dass es immer von uns selber transportiert werden kann. Das bedeutet, der Jojo hat zum Beispiel zwei Rack-Hock, äh, ja, Lichtpulte dabei, was im Endeffekt, äh, von der Hock 4 eine Rack-Variante ist, also ein Rechner im Rack. Ähm, dazu hat er noch zwei Fader Wings, wenn ich mich recht entsinne und ein, äh, Touchscreen. Mhm. Ähm, der Timo hat eine S3L von Avid. Mhm. Und der Markus, äh, am Monitor hat, wenn ich jetzt richtig informiert bin, glaube ich, eine kleine Digico-Konsole. Da will ich mich aber jetzt gar nicht, äh, hundertprozentig drauf festlegen. Egal, zumindest sind das alles, ähm, Gerätschaften, die du problemlos, ja, mit in ein Flugzeug nehmen kannst. Okay. Was man da allerdings beachten muss, wenn man mit einem Personenflieger unterwegs ist und Equipment mitnehmen will, ist, man muss halt auf Größe und vor allem Gewicht achten. Also alles über 32 Kilo wird nicht mitgenommen. Da sagt dann die Dame oder der Herr am Check-In, ähm, sorry, geht nicht, ist zu schwer, können wir nicht mitnehmen. Mhm. Und wie gesagt, wenn man das aber beachtet, dann kann man sein wichtiges Equipment einfach so mit sich, äh, ich sag jetzt mal doof gesagt, rumschleppen, ähm, und von A nach B, äh, mitnehmen und hat es halt immer bei sich. Aber wie gesagt, auch da sind wir wieder beim Thema Vorplanung. Da muss man halt vorher einfach wissen, wo geht's hin, was muss ich machen, wie sind die Anforderungen. Lohnt sich jetzt vielleicht nicht unbedingt, wenn es eine Tournee ist, die, weiß ich nicht, zu 90 Prozent in Deutschland spielt und dann spielst du irgendwie zehn Konzerte irgendwo, äh, im Ausland. Da ist es vielleicht ein bisschen, ähm, ja, ich sag jetzt mal doof gesagt, übertrieben. Aber wenn man jetzt wie bei Milky Chains weiß, okay, ich bin hier zwei Jahre auf Tour und davon irgendwie vielleicht ein Jahr, egal ob am Stück oder nicht im Ausland unterwegs, dann macht man sich natürlich gerne vorher die Gedanken, ähm, einfach, weil ich, weil man dann als Techniker genau weiß, okay, ich hab das Equipment, mit dem ich perfekt arbeiten kann, immer bei mir. Ja. Kommt bei mir gerade die Frage auf, ob, ob es wohl Leute gibt, die solche Flüge nur antreten, weil jemand scharf ist, dann noch 20 Kilo mehr Gepäck unterzukriegen. Wie jetzt? Ja, vielleicht ist es günstiger, noch einen Flug zu buchen, statt das Übergepäck zu bezahlen. Achso. Das glaube ich nicht. Aber ja, es ist eine sehr gute Überlegung. Ja, ich bin da voll auf deiner Seite. Danke, kannst du da zurücklegen. Ich fand es echt interessant, dass, ähm, ja, also ich wusste das auch nicht, dass man bis 32 Kilo mitnehmen kann. Also ich kannte weder die Marke noch sonst irgendwas. Äh, aber es ist ja doch sehr interessant, weil es, man sieht auch, dass man selbst eine große Show, ähm, klar, Milky Chance ist jetzt nicht unbedingt Metallica oder sonst was, aber trotzdem ist es ja professionell gemacht und, ähm, wie gesagt, auch wirklich eine, eine, eine professionelle Tournee und dass du da dein Equipment so wählen kannst, dass es trotzdem so kompakt ist, dass du es immer mit dir eigentlich, äh, mit dir führen kannst. Das ist, äh, war einfach wirklich mal auch in diesem, in diesem, ja, bei der Reportage, bei den Interviews auch, äh, sehr interessant, einfach zu sehen, ja, dass man das auch so machen kann. Das ist total faszinierend. Ja, fand ich auch. Hm. Aber wie gesagt, da bist du wieder beim Thema, du musst es planen und so weiter und so fort. Klar ist es schöner und leichter, wenn man irgendwie sagt, hier hast du einen technischen Reiter, ich brauche das und das Equipment. Aber wie gesagt, das ist, ja, seltenst auch möglich. Also, 100 Prozent das Material kriegst du auch nicht. Also, das war auch bei Milky Chance so, dass, ähm, der Jojo halt gesagt hat, klar hätte er gerne, äh, im RIG das Material auch hängen, was er unten auf der Bühne sozusagen nutzt. Also, das, das, das Bühnenmaterial, ähm, das Equipment, das ging auch, äh, auf der Tour die ganze Zeit mit, weil die da auch ein paar Sonderbauten hatten. Ähm, aber das alles, was im, im Dach hing sozusagen, das, äh, kam von örtlichen Dienstleistern und, ja, hat auch gesagt, das ist leider Gottes im seltensten Falle genau das, was er braucht. Okay. Jetzt ist es glücklicherweise ja wirklich so bei uns in der Branche, gerade im Lichtbereich, ähm, ja, dass man sagt, okay, hier, ich brauche ein, ein Washlight, der hat die und die, oder muss die und die Eigenschaften haben. Mhm. Da hast du selten, selten den Fall, dass du nur einen einzigen Hersteller oder ein Produkt hast, sondern meistens sind es unterschiedliche Hersteller mit unterschiedlichen Produkten, die aber eigentlich sich sehr ähneln und dann geht das schon, aber, ja, wie gesagt, es ist, ähm, wenn man genau das haben will, was man braucht, dann kommt man eigentlich um, um Tourtross, nicht drumherum. Ja, wenn man halt schwerpunktmäßig sein eigenes Zeug verwendet, dann ist wahrscheinlich auch die Fehlersuche wesentlich einfacher, als wenn man da irgendwas rangekarrt bekommt, äh, und dann feststellt, okay, irgendwas funktioniert nicht und du dann auf die Suche gehen musst, ähm, ja, oder teilweise die Sachen halt so halb funktionieren, keine Ahnung, ein Scheinwerfer, der komplett vergilbt ist, so, der, ja, der, der geht schon an, wenn er soll, aber. Du, das ist alleine schon bei, bei, bei Gobos der Fall. Ich meine, wie oft hatte ich, wo ich, wo ich noch aktiver Lichttechniker war, ähm, den Fall, dass man irgendwie, ja, zehn gleiche Scheinwerfer, also vom gleichen Typ hingehangen hat, ähm, aber bei zweien oder dreien oder was weiß ich, war plötzlich an der einen Position anderes Gobo drin, einfach, weil du die Gobos in den Goborädern meistens ja tauschen kannst, so, und oft macht man das halt auch, wenn man jetzt ein, ein Gobo für einen, für einen Kunden oder ein spezielles Kunden-Gobo hat, dann nimmt man halt eins von den, äh, normal verbauten Gobos raus, macht da das Kunden-Gobo rein und, was weiß ich, vertauscht dann aber doch irgendwas miteinander und plötzlich, äh, wie gesagt, sind dann Gobos an unterschiedlichen Stellen, ja, und dann hängst du da irgendwo auf einer Veranstaltung, willst gerade deine Programmierung machen und denkst dir, ja, toll, jetzt muss ich hier den Scheinwerfer noch aufschrauben und irgendwelche Gobos tauschen oder was. Ja, das macht jetzt nicht wirklich Spaß und da ist es natürlich cool, wenn man sein eigenes Zeug dabei hat, aber wie gesagt, manchmal oder oft geht's halt einfach nicht und da muss man gucken, dass man da irgendwelche Kniffe und Tricks für sich selber erarbeitet, dass ich mir selber die, ähm, ja, die Aufgabe leicht mache oder die Arbeit so vereinfacht wie möglich mache. Ja. Ja, ich finde schon echt immer cool, aber also da, das ist wirklich so ein Thema, wo man merkt so, es bringt doch was, nicht nur spontan zu sein, klar, Spontanität und, und, äh, Flexibilität ist wichtig, aber wahrscheinlich ist noch eine ganze Spur wichtiger, einfach im Voraus zu planen und sich vorher Gedanken zu machen, bevor es überhaupt losgeht, was mache ich? Ja, definitiv, also absolut, also ich würde sogar wirklich sagen, dass das, äh, Spontanität und, äh, also Flexibilität, ja, Spontanität, ähm, ich sag jetzt mal wirklich im sehr professionellen, ähm, Veranstaltungstechnik-Bereich ist, glaube ich, ähm, Spontanität jetzt seltenst gefragt. Ich meine, man muss flexibel sein, ja, weil du kriegst halt nicht immer das Material gestellt, was du, was du dir wünschst oder was du gerne hättest oder was du auch gefordert hast. Ähm, auch das, äh, ein kleiner Schwank aus meiner Arbeitswelt, ähm, ich war ja mal mit einer Tanztheatergruppe unterwegs und da auch, ja, fast weltweit und das war auch in England hatten wir eine Tournee, ähm, natürlich habe ich da vorher meine, meine, meinen technischen Reiter rumgeschickt, aber wie gesagt, da wurde auch vorher immer gesagt, ja, ja, das kriegen wir alles hin, das haben wir alles da, sondern kommt mal an und plötzlich war entweder gar nichts da oder es war komplett was Falsches da, was weiß ich, man hat Fresnel-Scheinwerfer bestellt und dann plötzlich hieß es, ah, nee, also wir haben ganz viele Profiler da, die könnt ihr ja auch nutzen. So, und dann muss man natürlich so flexibel sein, dass man sagt, okay, kriege ich auch hin, weil am Ende des Tages zählt nur eins und das ist, die Show muss spielen und der, das Publikum, egal ob zahlend oder nicht zahlend, darf nicht fest oder merken, was du vorher für den Stress hattest, das ist das A und O, aber wie gesagt, ich glaube, so richtig spontan auf irgendwas reagiert habe ich so gut wie nie, weil es immer wichtig ist, dass du dir vorher einen Kopf machst und dass du dir vorher wirklich überlegst, okay, was will ich machen, wie will ich es machen, ähm, ja, weil sonst stehst du auf der Veranstaltung und das kann dir echt manchmal das Genick brechen, dass du einfach nicht weiterkommst und im Vorfeld kannst du noch ganz, ganz vieles lösen, du kannst Leute fragen, die du vielleicht kennst oder, ähm, ja, in diversen Foren oder auf Facebook oder sonst wo, äh, kannst du nachfragen, wenn du, wenn du einen Lösungsansatz brauchst, das kannst du aber nicht mehr, wenn du auf einer Veranstaltung stehst, zwei Stunden zum Aufbauen hast, eine Stunde zum Einleuchten und dann geht's los, dann wird's doof. Vielleicht solltest du Spontanität durch Improvisationstalent ersetzen. Ach, meh, siehste, und schon klappt das doch, das ist, hätte ich mir die letzten drei Minuten hier sparen können. Ach, schön, dann würde ich sagen, kommen wir zum abschließenden Thema, und zwar, ähm, ich bin gespannt, ja, wollten wir so ein bisschen zwischen, ähm, den verschiedenen Projektionstechniken, ähm, unterscheiden und ein bisschen die Vor- und Nachteile abwägen. Anfang tun wir mal damit, dass du die LANG AG besucht hast. Genau, ähm, auch das wiederum in unserem jetzigen, in unserer jetzigen Ausgabe, ähm, wie schon mehrfach gesagt, haben wir ja pro Ausgabe immer einen Ausbildungsbetrieb, den wir vorstellen, ähm, und da war ich dieses Mal bei der LANG AG in Lindlar, ähm, die bestimmt vielen ein Begriff, ja, sein sollte, könnte, wie auch immer, und, äh, auch da werden Fachkräfte für Veranstaltungstechnik ausgebildet, ähm, ein wirklich riesiges Unternehmen, hätte ich vorher so nicht gedacht, ähm, das Faszinierende da finde ich ja auch, dass man die, die, die LANG AG eigentlich, ja, selber auf einer Veranstaltung nicht sieht, weil. Das wollen sie auch gar nicht. Das wollen sie nicht, und genau, es sind, im Endeffekt ist es ja eher eine, ein Unternehmen, das, ähm, ja, Projektionstechnik oder Videotechnik, sage ich lieber mal, ähm, vermietet, äh, verkauft und, äh, ja, man da auch Schulungen sozusagen machen kann. Und deswegen, wie gesagt, sieht man die LANG AG eigentlich auch nirgendwo, weil es halt wirklich so ist, dass sie nur an, ja, an ihre, an die Systemintegratoren, an Eventdienstleister vermieten, äh, und da ihr, ihr Know-how auch gerne mitgeben, ähm, genau, aber so kam's halt, dass, dass das Thema Videotechnik in der nächsten Ausgabe erstens durch die LANG AG ein großes Thema ist und dann natürlich auch durch, durch dich mit der, äh, Planet Erde 2. Ja. Reportage und, ähm, genau, es ist einfach nach wie vor, ja, was heißt faszinierend, ich finde es einfach toll, dass es viele, viele unterschiedliche Projektionsmöglichkeiten gibt und da sage ich jetzt nicht. Oder das soll nicht bedeuten, dass ich jetzt hier vom Projektor spreche, sondern wirklich von, von Bilddarstellung sozusagen, da gibt es ja unterschiedlichste Techniken. Ja, also Planet Erde war es wohl in den letzten Jahren noch so, dass da wirklich mit, äh, Projektoren und Leinwänden gearbeitet wurde und, äh, jetzt erst seit kurzem auf eine LED-Wand umgestellt wurde, ähm, hat alles seine Vor- und Nachteile. Definitiv. Der Nachteil bei der LED-Wand da, also, gut, äh, war für sie jetzt kein Problem, aber ich sag mal, es klappt halt nicht überall. Die LED-Wand hat halt neun Tonnen gewogen. Mhm. Da ist ne Leinwand schon, schon wesentlich leichter. Ja. Ähm, Vorteil ist halt, dadurch, dass die LED-Wand, da kommt das Licht von der LED-Wand. Sonst, wenn du ne Leinwand hast, äh, hast du Reflektion und, äh, du hast ja gerade bei einem Orchester dann auch mal, äh, reflektierende Instrumente, die dann, äh, zu Irritationen führen können. Du kannst, äh, ganz anders mit Licht und Nebel arbeiten, weil wenn du, wenn du jetzt, äh, Nebel auf die Bühne pusht und hast einen Projektor davor, dann siehst du natürlich plötzlich den Lichteinfall, der auf die, auf die Leinwand kommt. Dann, ja, bei einer Leinwand, die muss halt passen, sonst hast du ein Problem, wenn die kaputt ist, so, dann, keine Ahnung, musst du flicken oder, ähm, bei einer LED-Wand ist natürlich das Schöne, dass du mehrere Panels hast und die eigentlich ziemlich flexibel austauschen kannst. Nachteil ist wieder, die gehen halt auch ganz gerne mal kaputt. Ja. Da musst du dann, ähm, ja, aber so ein Panel ist dann 60 mal 60 Zentimeter groß, jetzt zum Beispiel, ähm, bei, bei Planet Erde und da hast du halt insgesamt, ähm, 10, 10, 2 Meter Höhe und 18 Meter Breite, das heißt, da kommen schon, also, ja, insgesamt kommen 510 Panels zum Einsatz und, ähm, ja, das ist dann schon eine ganz schöne Arbeit, quasi, wenn dann eins, äh, keine Ahnung, sind ein paar Pixel kaputt, dann musst du da wieder hoch, musst es rausdrücken, musst es wieder reintun, je nachdem, ähm, wie, wie grob der Ausfall war, musst du dann per Software dem Panel mitteilen, wo in der Wand es sich befindet, damit es dann wieder das richtige Bild darstellt, ähm, ja, aber dafür ist es halt, ähm, selbstleuchtend, ähm, ein Aspekt ist, denke ich, auch, ähm, wie weit das Publikum von der Wand weg sitzt, weil bei vielen LED-Wänden ist es ja noch so, dass wenn du nah rankommst, erkennst du einfach die einzelnen Pixel, das wird zwar immer besser, kommt auch ein bisschen auf die Preisklasse an, in der man sich bewegt, also ich weiß, die Lange G hatte vor zwei Jahren auf der ISI in Amsterdam, hatten die, ich glaube, es war vor zwei oder vor drei Jahren, bin ich mir nicht sicher, hatten die, eine Wand, die eigentlich bis unter die Hallendecke ging und das war eine abartige Bildqualität, also da saß ich echt mal kurz mit offenem Mund da und dachte mir, hui, da, da passiert ja einiges, ähm, genau, aber ja, bei, bei vielen siehst du es halt noch, wenn du nah rankommst, siehst du dann doch die einzelnen Pixel, dafür sieht es halt dann von weiter weg, äh, sehr, sehr beeindruckend aus, noch ein schöner Vorteil von LED-Wänden ist, ähm, dass du sie auch tagsüber gut einsetzen kannst, das geht bei Projektion natürlich auch, aber da brauchst du schon dann immense Lichtleistung und je nachdem, wie groß das Ganze wird, äh, wird's dann wieder schwieriger. Ja, zum Beispiel jetzt bei dem Zeichentrick-Festival war es ganz interessant, die haben, äh, bei Tageslicht, bei, bei starkem Sonneneinfall hatten die die Leistung der Leinwand auf 95 Prozent, aber man hat wirklich wunderbar das Bild gesehen und die haben mir erzählt, dass sie, ähm, abends, wenn die Geschäfte schon zu sind und ein Film läuft und es ist schon dunkel, da, da fahren die die Wand teilweise mit acht Prozent Lichtleistung. Okay, krass. Das ist halt dann auch wieder interessant für den Stromverbrauch. Ja. Also, ja, das ist schon interessant, was sich der in dem Bereich tut. Ja. Ich war ja auch vor, ich weiß nicht, einem Jahr, zwei Jahren in, in Nürnberg, äh, im, im Kino und da wurden wiederum vier Projektoren, äh, eingesetzt, die alle gleichzeitig auf die komplette Fläche der, der, äh, Leinwand, ähm, gestrahlt haben, einfach um eine gewisse Lichthelligkeit, äh, zu nutzen, weil eben dadurch, dass ganz viele Filme in 3D gezeigt werden und du dann eine 3D-Brille aufsetzt, wo quasi ein, vor, direkt vor deinem Auge ein Lichtfilter ist, vor dem Projektor ist auch nochmal ein Lichtfilter, damit es eben auf die Augen abgestimmt wird und da geht teilweise über 50 Prozent der Lichtleistung allein durch diese Filter verloren und um dem halt wieder entgegenzuwirken, wurde halt da entsprechend dann Lichtleistung auf die Leinwand gegeben und, äh, ja, das ist halt auch wieder ein faszinierender Bereich, wo man ganz, ganz viele verschiedene Lösungsansätze finden kann, um halt ein Problem zu lösen. Ja. Ja, noch ein Vorteil von LED-Wänden, die können nass werden, also bestimmte. Da hast du bei einer Leinwand, bei, ich meine, Open-Air-Kino ist eh, wenn es dann das Regnen anfängt, das ist ein ziemlicher Stimmungskiller, aber trotzdem, so eine LED-Wand kann halt dann eher was mit, mit, äh, mit, äh, ja, Wasser anfangen. Ja, aber auch da kommt es natürlich drauf an, was du für eine LED-Wand hast. Ich meine, es gibt ja Outdoor- und Indoor-LED-Wände, wenn du jetzt eine Indoor-LED-Wand hast und die, äh, wird nass, dann, ja, hast du auch ein Problem. Ja. Ähm, aber natürlich hast du da recht, dass, äh, ja, dass du, ja, wie du schon sagtest, du hast am Ende des Tages, äh, hat, hat beides seine, seine Vor- und Nachteile und ich wüsste jetzt auch wirklich, ehrlich gesagt, nicht, nicht mehr Vor- oder Nachteile, ähm, ja, außer denen, die du jetzt schon genannt hast. Ähm, das ist wirklich, man muss einfach gucken. Klar, eine LED-Wand ist halt einfach mal schwer. Also die kannst du nicht einfach irgendwo, dir, dir hinstellen oder sonst irgendwas. Ähm, aber auch da zum Beispiel sind wir wieder beim, ja, ich sag jetzt mal bei, bei, beim roten Faden dieses Podcastes, ähm, bei dem Thema Vorbereitung. Mhm. Weil gerade diesen Abstand, den du, den du genannt hast, ich meine, bringt mir jetzt gar nichts, wenn ich, ähm, eine riesengroße, egal ob es LED-Wand ist oder Leinwand mit einem Projektor ist oder irgendwas, ähm, was weiß ich, was, ne, 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 Bildschirmbreite von 15 Metern hat und die erste Reihe beginnt irgendwie nach 5 Metern. Das macht halt keinen Sinn. Also, wie gesagt, da muss man sich einfach ein bisschen, ja, Faustformeln irgendwo hinschreiben und das ist halt zum Beispiel beim, bei der Projektionstechnik so, dass man, ähm, äh, die Entfernung des, ich sag jetzt mal, nächstgelegenen Betrachters, ähm, durch 2 und das ist dann die Breite der Leinwand. Also, wenn der erst, der erst, die erste Reihe 10 Meter von der Leinwand entfernt ist, dann weiß ich, okay, meine Leinwand sollte, wenn es hochkommt, 5 Meter breit sein und fertig ist. Ja. So, und das sind halt so Faustformeln, wie gesagt, die sollte man wissen und auch da sollte man sich halt vorher, ähm, informieren und vorbereiten und einfach gucken, okay, was ist das passende Produkt für mich? Es bringt auch nichts, wenn ich, ja, wie du schon sagtest, wenn ich jetzt irgendwie eine Open-Air-Veranstaltung hab und, ähm, gerade jetzt in Richtung, in Richtung WM geschaut, da wird's auch wieder genügend Public Viewings geben, da wird's auch genügend private Public Viewings geben oder ähnliches, ähm, es bringt mir aber nix, wenn ein Spiel, was weiß ich, 18 Uhr beginnt, also bei vollem Tageslicht und ich stell mir da irgendwie ein 3000-Ansilumen-Projektor hin, da wird man halt einfach keinen Spaß haben, das ärgert einen einfach nur extrem, so, und da ist man halt natürlich mit einer LED-Wand, ähm, besser bedient, die ist mittlerweile auch, ähm, ja, wie gesagt, nicht für einen Privatgebrauch, aber es gibt, äh, genügend LED-Panel-Hersteller, die vielleicht nicht ganz so extrem teuer sind, die aber trotzdem gut sind, ähm, und da macht es natürlich Sinn, dann in so einem Fall drüber nachzudenken, einfach eine LED-Wand irgendwo hinzuhängen oder aufzustellen, ähm, aber man sollte natürlich auch gucken, wenn ich das jetzt irgendwo in einem Haus mache oder in einer, in einer Sporthalle oder was weiß ich, wo ich überhaupt gar nicht weiß, wie der Untergrund ist, dann, Leute, lasst die Hände von großen LED-Wänden oder generell von LED-Wänden, weil, wie gesagt, Statik ist teilweise das A und O und wenn mir dann irgendwas da kaputt geht oder das Ding einbricht oder sonst irgendwas, ähm, ja, da wird man nicht froh und ich glaube, müsste ich mal, ähm, den, den Christian Reit von, von Airpump fragen, der, also, sag ich jetzt mal, Versicherungsfachmann ist für den, für, für unseren Bereich, äh, ob man sowas dann auch versichern kann und ich glaube nicht, weil ich glaube, das ist dann schon eher, äh, fahrlässig als alles andere, ähm, wie gesagt, dann doch lieber, äh, den Projektor sich anschauen, aber wie gesagt, es hat einfach alles komplett seine Vor- und Nachteile und da muss man für sich selber einfach im Vorfeld festlegen, was brauche ich, was sind meine Anforderungen und danach überlegen. Ja, es ist halt häufig auch nicht mit einer LED-Wand getan, jetzt hier auf dem, äh, Trickfilm-Festival durfte ich hinter die Wand und, äh, da stehen halt massive, richtig viele Wassertanks einfach als Gegengewicht, so, und, äh, also, das verinnerlicht man ja auch meistens nicht, so, okay, da muss ich halt noch so und so viel Liter Wasser da hinpacken als Gewicht. Ja. Und das ist nicht mit der Wand getan. Nee. Also wie gesagt, man sollte in dem Bereich auch nicht, ich meine, wir reden jetzt hier die ganze Zeit über LED-Wand und, äh, Projektionswand, was natürlich, äh, für, für ganz große Sachen, ähm, ja, gibt's eigentlich nichts anderes, aber man sollte halt auch nie, ähm, Monitore vergessen. Ja. Ich meine, es gibt mittlerweile auch wirklich Flachbildschirme, die einfach eine Bilddiagonale von, was weiß ich, zwei Metern oder irgendwas haben, ähm, was auch schon sehr groß, sehr gut ist und für, für viele Events vielleicht ausreicht, wie gesagt, auch da wieder der, der Hinweis zur, zur WM, ähm, auch das ist natürlich, das hat, das verbindet auch viele Vor- und Nachteile, weil die kannst du bei Tageslicht verwenden ohne Probleme. Ja. Aber klar, da hast du vielleicht, ähm, den, den Bildschirm, der irgendwie spiegelt, du bist in der Größe einfach limitiert, du kannst halt nicht sagen, okay, hier für 400 Leute stelle ich mir mal hier einen 65-Zoll-Fernseher hin. Ähm, wie gesagt, deswegen denkt vorher drüber nach, fragt, wenn ihr euch nicht sicher seid, einfach, ähm, ich sag jetzt mal Experten, auch wenn's, äh, jemand von der LANG AG, Publitech oder was weiß ich ist, ähm, ich wette, die helfen euch gerne, wenn ihr da anruft und sagt, hier, ich hab das und das geplant, was würdet ihr denn machen? Ähm, ihr könnt gerne bei uns auch nachfragen und, äh, wir versuchen unser Bestes zu geben, euch da zu unterstützen oder, äh, Kontakte weiterzugeben. Aber wie gesagt, macht, egal ob Licht, Video, Bühne, Ton, sonst irgendwas, ähm, Vorbereitung, Leute. Ihr solltet euch vorbereiten und das ist, das ist alles. Sagt der Lehrer. So, und jetzt, äh, Klassenhefte raus. So, dann haben wir jetzt das Ende vorbereitet. Die Moralkeule geschwungen. Ja. Immer, wenn die Moralkeule kommt, dann weiß man, das ist wie bei guten Sitcoms, so am Ende kommt die Moral von der Geschichte. Ja. Aber eigentlich müssten wir jetzt langsam, irgendwann müssen wir mal anfangen, so Cliffhanger zu machen, so. Ja, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Schon mal so einen kleinen Antisar für die, für die nächste Folge, damit die Leute auch unbedingt die nächste Folge von uns hören möchten. Ja, dazu müssten wir planen. Ja, okay. Das, das, nee. Nee. Wir müssen das nicht, also ihr müsst das, Leute, ihr müsst planen. Wir dürfen planlos sein. Ganz genau. Nein, wir hoffen, wie gesagt, oder ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr euch wirklich wieder einiges an, an Infos und, ähm, ja, Tipps und Tricks aus diesem Podcast irgendwie ziehen konntet. Und, ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe ja, wir machen sowas nicht nur, damit wir uns anderthalb Stunden hier hinsetzen und gegenseitig in die Augen blicken können, sondern, dass die Leute auch irgendwas davon haben. Also, ja, wie gesagt, bis zum nächsten Mal oder danke fürs Zuhören. Dem kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.